Hey und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Leute und heute spielen wir eine Runde BadRoss auf dem GrammarD.net-Server Das habe ich ja schon lange nicht mehr gebracht und ich wollte eigentlich 1x8 Maps aufnehmen Habe ich auch versucht, wurde ich dann nicht gekillt oder in Skywars hat es auch nicht funktioniert Aber ich nehme natürlich trotzdem für euch was auf, deshalb versuche ich jetzt einfach nochmal eine Runde BadRoss aufzunehmen Und ihr hört es wahrscheinlich schon, ich habe wieder mehr Motivation für YouTube bzw. um Videos aufzunehmen, weil ich war jetzt eine Zeit lang krank Werden ja viele von euch wissen, weil ich war letzte Woche 2 Tage nicht in der Schule und war dann wieder in der Schule, dann ging es mir eigentlich wieder besser Aber dann hatte ich ganz tolle Halsschmerzen und jetzt geht es mir wieder Bombe, Leute, Bombe Ok, wir saven mal ein bisschen Gold hier, können wir uns direkt einen Bogen holen Bogen Wenn ihr auf jeden Fall mehr BadRoss sehen wollt, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen, dann weiß ich es Auf jeden Fall werde ich in Zukunft auch wieder mehr BadRoss bringen Vielleicht schaffen wir ja 30 Likes, das ist auf jeden Fall sehr hoch angesetzt, aber es würde mich auf jeden Fall mega freuen, Leute Egal Oh, da haben wir einen getroffen Und nochmal Und nochmal Und da ist er unten Sehr nice Jetzt will da einer in die Mitte kommen Das lassen wir natürlich nicht zu Haben ihn direkt runter Perfekt Gehen wir mal zu blau, würde ich meinen, Leute Weil von rot ist das Bett ja schon weg Ach ne, wir sind blau, das war ein blauer, ne? Äh, oh Gehen wir mal zu den Gelben hier Fastbridgen wir mal hier direkt rüber Ist da jetzt jemand? Ne, du Hau ab Nein, Leute Holy shit Alter Alter, ich bin so scheiße, ne? Das glaubt ihr mir nicht, Alter Jetzt wisst ihr, warum ich so viele Takes brauche für eine Aufnahme, Alter Ihr könnt gerne mal mit mir aufnehmen, wenn ihr Bock drauf habt Aber es wäre dann angenehm, wenn ihr vielleicht eine gute Audioqualität habt Ich weiß, ich hatte am Anfang auch keine perfekte Audioqualität Aber es wäre halt geiler, weil mit so einer Ja, wenn man jetzt irgendwie so eine Audioqualität hat, wo man das Gefühl hat, man nimmt einen Toaster auf Wäre jetzt nicht so praktisch Aber wenn ihr eine angenehme Audioqualität habt, die nicht rauscht Und wo ihr nicht übersteuert, dann könnt ihr gerne mich mal auf Skype anschreiben Mein Skype-Namen ist übrigens unten in der Videobeschreibung gelinkt Und dann könnt ihr gerne mal mit mir aufnehmen, wenn ihr Bock drauf habt Ich dachte, der hat jetzt einen Trick gemacht und wollte mich jetzt töten, Alter Das wäre uncool gewesen Holy Shit Was ist denn? Was sind wir noch? Ne Bitte Bitte töten mich jetzt nicht Bitte Mann, das brauche ich jetzt nicht Ich weiß nicht, wie viel Gold ich habe Oh Leute, nice Jetzt aber weg Jetzt aber weg Jetzt aber weg Wenn wir nicht sterben, können wir uns einfach den besten Bogen holen Nice Wir können uns einfach den fucking besten Bogen holen Ist ja mega nice GG, Leute Wir haben es GG Besten Bogen Gegönnt Sehr nice, Leute Haben wir uns erstmal Fat Royale gegönnt Ich weiß mich nicht Ich weiß schon wieder, wenn ich es schneide ... ich werde so viel unnötigen Kram rausschneiden müssen, ne Wir gehen dann mal auf grün, würde ich meinen Übel noch Leute raus. Also hoch, zack, ab zu grüüüüüü신. Kommt keiner. Sehr nice. Und dann haben wir auch das Bett. Sehr schön! Digi, hat mir direkt einen gekillt. Sehr nice. Okay, jetzt ist er da oben wieder. Gehen wir halt wieder hoch. Oh, GG, haben wir den nächsten Oh mein Gott, Leute Wenn die Runde gewinnen, das wäre richtig nice Habe ich zwar ein bisschen was zu schneiden Aber ich hatte eine richtig geile Folge für euch Achso, und das habe ich die ganze Zeit nicht angesprochen, Leute Das Tector Pack, was ich hier gerade benutze Das wird das sein, was auch bei den Einen Kadern rauskommt Oh, wenn wir den jetzt getroffen hätten Das wäre so nice Oh, als ob, Leute GG, wir haben gewonnen Nice Und nochmal hinterher springen Da haben wir auch schon gewonnen, Leute Kickstiges GG, gehen auf jeden Fall an euch raus Nice, Leute Haben wir auch die Runde gewonnen Und dieses Tector Pack wird, wie gesagt, dann zu den 1K rauskommen, Leute Vielleicht werde ich noch ein bisschen was verändern Und ja, wenn es euch gefallen hat Lasst doch sehr gerne mal eine positive Wertung Da würde mich auf jeden Fall mega freuen Und dann würde ich meinen Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Und bis dahin, haut rein Ciao 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 Ciao